Meine Schüler wachsen in einer digitalen Welt auf. Mir ist es wichtig, dass die Kinder sich in dieser Welt zurechtfinden und lernen, sie aktiv mitzugestalten. Dafür ist Coden mit dem Calliope Mini super geeignet. Die Kinder lernen zu programmieren und erwerben Medienkompetenzen. Sie werden kreativ und arbeiten selbstständig. Mit den Arbeitsheften von Cornelsen kann ich Grundschüler ab der 3. Klasse spielerisch ins Programmieren einführen, ganz ohne eigene Vorkenntnisse. Ein echter Hit im Klassenzimmer. Probieren Sie es aus!